lebt einen traum der er wird wahr geht einen weg stelle dich der gefahr alles was wichtig ist bist du erkennen wenn die zeit gekommen ist ja gleich nach den sternen du bist bereit glaube und ich wollte ist es so weit wir werden bei dir soll herzlich willkommen zurück meine damen und herren jetzt geht es hier wieder richtig rund ja wir sind wieder mal oder immer noch in der schule wir haben jessica gesehen wie sie um den pool rumgelaufen ist wir mit jessica gechattet bei instagram und jetzt sind wir hier übrigens bin ich auch immer noch im livestream ich habe das in den outlasten in den black messer folgen schon gesagt deswegen kann es sein dass ich ab und zu den zweiten bildschirm schaue kann auch sein dass ich es nicht mache weil das feeling ist eigentlich besser wenn ich mich voll auf das spiel konzentrieren deswegen vielleicht lasse ich es auch einfach und wir genießen das was jetzt passieren wird oder auch nicht immer wenn diese kamera so wackelt vor allem sie ist doch eben lang gelaufen wieso steht sie denn jetzt da hinten bevor ich da hingehe will ich noch mal gucken was hier ist außer maria wahrscheinlich nicht viel also wir sind eh schon in so einer katholischen schule das haben wir glaube ich auch aber letzt mal schon gemerkt aber da war ich schon jetzt bin ich wie acht jetzt bin ich hier ja ja ok 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 was sind das für leute keine lust da lang zu laufen wirklich nada ja das finde ich gar nicht gut wenn du das sagst gleich wieder der typ mit den händen kommt ne komischen gesicht so es gibt diesen rückblick knopf ne jetzt hab ich das ist doch jetzt ein witz jetzt muss ich da einmal komplett rumlaufen asoziales spiel beruhig dich mal diese geräusche und so diese mucke das macht alles nichts besser ne jesus aller übrigens haben einige geschrieben dass der gollum tot ist jetzt das wusste ich nicht aber danke für den hinweis nach einem Na 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 Okay, okay Okay, 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 okay Okay, okay, okay Dann geben wir Du schnell war er denn Let me out, let me out Muss ich jetzt nochmal rum? Boah, diese Schule geht mir so auf den Sticker Hab ich keine Lust mehr auf diese Kackschule Alter, Bruder Was soll das denn? Okay, damit hab ich gar nicht gerechnet gerade Heidi Witzker Alter Junge, Junge, Junge Alter Did he date it? Oh, nein Oh, nein Ach du Schande. Oh, ich bin auf irgendwas draufgetreten. Ach, Klaas. Ich sollte aus irgendeinem Grund kriechen. Wurde mir gerade empfohlen. Es ist sehr dunkel da. Ich kenne da halt auch gar nichts. So, da soll ich kriechen. Sehr gut. Kein. Okay, zurück, 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 zurück. Oder vielleicht auch nicht. Warte doch, der hat einen Penis. Weg mit deinem Penis. Okay, okay, okay. Tschüss, 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 tschüss. Ja, wie soll ich jetzt an denen denn vorbeikommen? Sag mal, du hör mal. Das hätte irgendwie ein bisschen blöd gelaufen. Oh, ich mag sowas nicht. Okay, der ist da noch. Der ist da noch. Der macht einen bitte rein. Schnell, 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 schnell. Ja, du hast doch gar nicht gesehen, wie ich... Ach, du scheiße, du bist hässlich wie die Nacht. Ah, lass mich schnell hier durch, lass mich schnell hier durch. Ich stehe jetzt hier durch, lass mich schnell hier durch. Oh, ich hab gar keine Lust auf dich. Oh, dann lass mal mich hier einfach lang gehen. Einfach lang gehen. Ich möchte schnell nach Haus. Da ist der Nächste. Das ist doch scheiße. Soll ich jetzt hier irgendwie durch? Oh nein, oh nein, oh nein. Ach so. Ach so, ich hätte einfach um den rumgehen können. Da war so ein Geist oder was? Oder wie? So, dann geh ich da mal hin. Yo. Wenn ich jetzt wieder in die Schule komme, dann rastet ich komplett aus. Gib mal Gummi, Allah. Gehen. Da ist ein Rad. Oh, scheiße. Huh. Der kommt ja hinterher. Ja, okay, noch einer. Ja, moin. Jetzt lass mich doch mal hier einfach nur durch. Ach man, ey. Nicht aufhalten. Oh, scheiße. Ja, du kommst ja nicht durch. Du bist einfach nur kackhässig. Und da kommt noch einer. Okay, ich will hier. Ich möchte hier gerne. Okay. Ähm. Das ist jetzt super unbelohnt. Scheiße, 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 scheiße. Shit, shit. Ah. Bruder, da war ich zu langsam. Ja, gut. Scheiße. Und Schule. Warum bin ich jetzt hier? Ist das ein Screech? Okay, das ist irgendwie, irgendwie geht's mir nicht so gut. Achso, was ist da los? Da wobbelt's ordentlich, ne? Gut, gehen wir weiter. Kein zufällig ist das Fenster auch damit zugegangen. Ah. Interessant. Okay, hier hängen einige Jessicas in der Gegend rum. Wann kann ich mir denn mal diese Sachen aus der Schule angucken richtig? Gibt's da irgendeinen Moment überhaupt zu? Weil ich hab immer diese Störungen da drin. Weiß das jemand? Gute Idee, einfach in Dunkeln die Toiletten aufzumachen. Gute Idee, einfach in Dunkeln. Dann drin. Puh. Kann man rückwärts abspielen? Nö. Aber wie? Wie kann man die rückwärts abspielen? Also, macht Sinn, aber... Oh, ich finde gerade nicht mal gut, dass ich hier die ganzen Türen aufmachen kann. Das finde ich gerade nicht mal gut. Alright, 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 alright. Und weiter gehen. Hier ist nichts passiert. Ist nur Jesus von der Wand gefallen, das passiert eben mal. Das ist eine Batterie. Auf guter Basis. Ah. Entschuldigung, muss ich den dunklen... Ich muss den dunklen Gang hier langlaufen. Jo. Fuck. Oh, da ist ein Fernseher, da kommt bestimmt gleich eine Frau raus oder so. Fernseher sind immer blöd. Jessica. Liffen. Black. Black. Blackie. Blackie. Blake. Jessica, Lynn. Und Blake. Das sind so die drei Leute, ne? Jessica, Lynn und Blake. Lynn ist ja die alte, die gerade verschleppt wurde, die wir eigentlich suchen. Das ganze Spiel über schon. Ich bin Blake. Mein Name ist Blake. Wie er einfach aussieht, ey. Er hat wirklich Bock auf sein Leben. Okay, hier ist gerade die Tür aufgegangen. Da gehen wir natürlich lang. So, hier stand die eben rum, ne? Mann, dass die Kamera hier in der Schule auch immer Faxen macht. Oh, Bücherei ist auch kein gutes Zeichen eigentlich. Ich finde das nicht gut, dass ich jetzt hier bin. Ich will... Oh, shit. Oh. Ja, das ist auch ganz blöd. Kommt der Typ jetzt nicht auf mich zu und will mich snacken, oder? In den Räumen ist halt nichts. Mann, diese Kamera, die tiltet mich. Sieht mir so wackelt. Mann, mein Tageslichtschreiber, ich habe keine Folie. Ja, das ist ganz blöd. Hallo. Habe ich da gerade eine Folie oder sowas übersehen? Sieht ja voll tief rein hier noch. Oh, shit. Wunderlich ist ganz blöd. Oh, nein. Batterie. Neue. Bitte tötet mich einfach nicht. Okay, ja gut. Ja gut. Ja gut. Oh, shit. Mein Arsch. Da kommt hinterher. Da kommt hinterher. Da kommt hinterher. Ah, du schande, 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 schande. Da kommt hinterher. Ah. Ah. Oh. Oh, come on. He's coming! diese alter noch zu scheiße bruder und ich bin wieder zurück in meiner welt gut leute an der stelle würde ich die folge erstmal wieder beenden herzinfarkt wurde wieder komplett durchgeführt bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal